Herzlich willkommen! Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin Diana von Malzauber und hier in dem Video möchte ich dir gerne erklären, was genau ist der Mal-Video-Kurs. In dem Mal-Video-Kurs gibt es jeden Monat vier bis fünf neue Mal-Videos. Die Mal-Videos sind alle so zwischen 30 und 50 Minuten lang. Denn ich male wirklich mit deinem Kind Schritt für Schritt von Anfang an bis zum Ende male ich das Motiv mit. Und das hier auch an dieser Wand. Das heißt, dein Kind sieht mich die ganze Zeit dabei und da male ich gemeinsam mit deinem Kind das Bild. Beim Mal-Video-Kurs stehen euch die Videos immer vom ersten des Monats bis zum zehnten des darauffolgenden Monats zur Verfügung. Das heißt, ungefähr sind das so sechs Wochen. Und ja, der Mal-Video-Kurs ist so gedacht, dass dein Kind jede Woche einmal kreativ wird und so ein Bild malen kann. Und ja, wenn du denkst, vielleicht malt es mal eine Woche zwei Bilder oder drei und dann vielleicht ein, zwei Wochen gar kein Bild, dann bietet sich ein bisschen mehr der Malzauber Kids Club an. Den findest du hier oben einen Reiter weiter. Denn dort sind mittlerweile über 120 Mal-Videos zu wirklich vielen verschiedenen Kategorien. Und natürlich kommt auch jeden Samstag ein neues Mal-Video dazu. Das heißt, es sind dann auch vier bis fünf neue Mal-Videos pro Monat, die zusätzlich zu den 120 Mal-Videos noch dazukommen. Es gibt auch einen Ordner mit Mal-Techniken. Das heißt, dass dann auch nochmal spezielle Themen nochmal besprochen werden. Und natürlich auch male ich das Schritt für Schritt und erkläre das deinem Kind und zeige das deinem Kind. So wie Drucken und Dot-Painting und Monotomie und so weiter. Und ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber viele möchten auch einfach nur den monatlichen Mal-Videokurs haben. Und deswegen biete ich das beides an. Und ihr könnt überlegen oder du kannst überlegen, was ist für mein Kind oder meine Kinder am besten. Und ja, und bei Fragen melde dich gerne. So, ich glaube, ich habe alles erzählt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn dein Kind Lust hat, gemeinsam mit mir kreativ zu sein. Deine Diana von Malzauber. Tschüss!